Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das heißt, Nelly orakelt ein Sieg der Bayern und ich muss ganz ehrlich sagen, vom tiefsten Herzen habe ich gelitten letztes Jahr beim Finale und ich meine, die haben sich das wirklich dieses Jahr bombastisch verdient Wir trainieren Nelly weiter, es ist nicht ein Training, es ist ein Spiel, es ist auch als Spiel geboren und sie liebt das so sehr und was wir jetzt in dem Alter aber machen müssen, wir müssen einen schweren Ball nehmen, wie so ein Basketball, damit sie überhaupt dann bei dem Fußball ein besseres Gefühl bekommt, weil der Fuß immer größer wird und ich will sagen, wir gehen die